Wir bei TECUR sind für Kunden weltweit von der Entwicklung bis zur Produktion von hochmodernen und komplexen Baugruppen zuständig. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, unsere Kunden mit modernsten Technologien bei ihrer Entwicklung ihrer Produkte weiterzuhelfen und da spielt für uns aufgrund der hohen Produktvielfalt in kleinsten Losgrößen auch das passende Equipment im Bereich der SMD-Fertigung eine wichtige Rolle. Die zunehmende Miniaturisierung der Baugruppen und die dadurch steigende Komplexität ist eine große Herausforderung für uns an der SMD-Linie. Wir brauchen hier schnelle Rückmeldungen der Qualität an den vorgehenden Prozess. Mit der Firma Sake haben wir einen Partner gefunden, der hocheffizient Bauteile vermessen kann und uns hilft, eine schnelle Rückmeldung des Vorgängerprozesses zu geben und somit die geforderte Qualität zu gewährleisten. TECUR hat eine sehr hohe Produktvielfalt. Um diese hohe Anzahl an Elektronikbaugruppen abzudecken, benötigt er viele tausende von Programmen für die AOI- und SPI-Systeme und um diese effizient und schnellstmöglich anzupassen und neu zu erstellen, ist es notwendig, dass eine einfache Software vorhanden ist. Mit der Software der Firma Sake ist es sonst möglich, dass wir diese Programme sehr schnell stellen können, so dem Kunden auch sehr schnell einen Prototyp zur Verfügung stellen können oder auch Änderungen zu den Kunden umsetzen. Wir waren auf der Suche nach einem Partner, der innovative Lösungen hat, Softwarelösungen hat, in denen wir sehr schnell unsere Produkte und die entsprechende Software anpassen können. Mit Sake haben wir eine sehr innovative Software gefunden, die tolle Wizards hat, die uns helfen, diese Programme in der nötigen Geschwindigkeit umzustellen. Durch den Einsatz der Sake-Geräte können wir unsere Pseudofehlerrate deutlich reduzieren, was eine höhere Effizienz bedeutet, weniger Fehler und dadurch natürlich auch eine höhere Wertschöpfung für TECUR und auch für unsere Kunst. Mit zum Beispiel dem Sake SPI-Gerät haben wir die Möglichkeit, eine dritte Dimension zu vermessen. Das hatten wir zuvor nicht. Das heißt, im Siebdruck ist es möglich, das Volumen auszumessen und mit der direkten Kommunikation mit dem Drucker permanent die Prozessparameter so einzustellen, dass wir die bestmögliche Qualität gewährleisten in dem nachfolgenden S&D-Prozess. Dadurch, dass wir sehr nah an unseren Kunden sind und auch Produktionsschwankungen des Kunden möglichst schnell und einfach den Kunden umsetzen wollen, ist es notwendig, dass wir unsere Losgrößen tagtäglich an den Kundenbedarf anpassen. Hierfür brauchen wir Systeme, die eine schnelle Taktzeit ermöglichen und durch die AOI- und SPI-Systeme der Firma Sake konnten wir unsere Taktzeit um bis zu zwei Drittel pro Baugruppe reduzieren und somit sind wir in der Lage, schnell und flexibel auf die Wünsche unseres Kunden reagieren zu können. Die Firma Sake hat uns sehr gut dabei unterstützt, die AOI- und SPI-Systeme an unser MES-System anzubinden und somit können wir sicherstellen, dass wir eine saubere Rückverfolgbarkeit unserer Bauteile gewährleisten können. In der Partnerschaft mit Sake denke ich, haben wir eine Win-Win-Situation, wo beide Unternehmen voneinander profitieren können und letztendlich unser Kunde durch die produzierte Qualität am meisten gewinnt. Wir sehen in der Firma Sake einen sehr guten Partner, der uns auch in den nächsten Jahren helfen wird, unsere Prozesse im Bereich der Elektronikfertigung weiter zu optimieren und nachhaltig modernste Lösungen umzusetzen.